ARD Text im Auftrag von Funk Und der andere geisteskranke Typ battelt heute und battelt nächste Woche um den Doodle-Titel. Machen wir gleich mal Kiruma! So geht das Battle los. Heiding John, erste Runde. Alle Fresse halten. Let's go! Kiruma, ich hol mir heute einen Kopf und das ist keine Redensart. Ich schneid das faule Fleisch aus der Szene, an dem das Lepra nagt. Ihr seid die Future of Battle Rap. Schönen Gruß aus der Gegenwart. Wir beide gehören nicht auf ein Level, also rede nicht so. Wir beide gehören nicht mal zur selben Spezies, Bro. Ich fühl mich nicht wie dein Battle-Gegner, eher wie dein Pfleger im Zoo. Wenn sie dich endlich einsperren, würde euch das gegenseitig nützen. Denn dein Körper ist gemacht zum Auf-die-Brust-Trommeln und am Käfig-Gitter-Rütteln. Wir brauchen das nicht zu bereden. Ich bin dir faktisch überlegen. Nein, ich weiß nicht, wer die Kokosnuss geklaut hat. Und jetzt ab in dein Gehege. Ich mein, ich bin ja immer deutlich klüger als meine Battle-Gegner. Aber jetzt ist an dem Punkt, wo es nicht mehr lächerlich war. Damit du sprechen lernst, haben Pfleger dich mit Leckerlis trainiert. Aufruhr im Tierpark. Affe kann plötzlich reden. Der Marfaga ist eiskalt. Das sind die Ötzi-Gene. Deine ersten Worte waren Grunzlaute, die ich nicht mal aussprechen kann. Und dein Vater glaubt immer noch nicht an den aufrechten Gang. Ich bin heute nur hier, um dich dran zu erinnern, was für ein wertloses Stück Fleisch du bist. Wenn deine Freundin mit dir im Park alleine ist, erinnern Rentner sie ständig an die Leinenpflicht. Dabei ist die genauso zurückgeblieben wie du. Das ist echt ganz schön hart. Wenn die redet, dann klingt das wie ein Jarambo-Part. Ja, du bist nur ein trainiertes Äffchen. Aber wie gut du gehorchst, muss man wirklich lieben. Die Stimme am Bahnsteig so. Zurückbleiben bitte. Und du bist zurückgeblieben. Er repräsentet seine Heimat nicht. Er hat keine andere Wahl. Denn es gibt keine Postleitzahl vom Neandertal. Du bist dumm, Kilian. Und ich weiß, ich übertreibe es mit dem Thema. Ich habe es jetzt oft gesagt. So oft, dass er es beinahe verstehen kann. Das hier wird für dich heute ein harter Kampf. Es gibt hundert Disziplinen, in denen du mich schlagen kannst. Und du hast dich ausgerechnet für einen Wettkampf der Geisteskraft entschieden. Wie dumm du bist, hast du damit nur ein weiteres Mal bewiesen. Erste Runde, Kiruma. Ejo, erste Runde und schon wird dieser Hund vernichtet. Ich mach dich heute so runter, bis sich alle hier über den Jungen bepissen. Du, kein Hals, aber zwei Kinds haben das Hundekind. Ich fände es, wenn du dich umringst. Ich schwitze, keine dummen Witze. In meinen runden Ich bin nur hier, um Mobbing zu propagieren. Sagt Carsten Stahl, er kann seine Mutter ficken. Du Schwein gehst unter. Strike den Hund, dass er einfach rumklappt. Ein Kick trifft ihn und gleicht die Luft knapp. Im Clinch mit ihm. Und ich greife ihn unter. Seinen Schultern. Nicht Sin City. Doch ich schmeiß den Lutscher. Du Strebertyp. Du kannst gut reden, ja tschüch. Aber diese Art zu rappen ist nichts, was man soeben mal übt. Doch du willst Agro-Kiru? Du kriegst Agro-Kiru. Irgendwie den Fehler büßt du, wenn du den Stehler, den Schläger an deiner Schläfe fühlst. Kein Flehen genügt. Home run mit deinem Schädel bis zum Breakthrough. Lass Heidings Hirnmasse auf dieser Stage versprühen. Ein Heat mit Highspeed. Der Schläger glüht. Steel killt Heidin. Déjà vu. Du Kneteigmännchen. Fat Fighters in the Face. Du sagtest, ich sammle Monsterdosen. Du siehst aus, als sammelst du Gendefekte. Mit deinem Körper aus Cake-Mix. Menschliche Tüte. Mit deinem Körper aus Cake-Mix. Menschliche Tüte. Lace Crips. Burn and Buddy Boy. Mit nem Waifu kissen als Main-Shit. Kannst mir nicht entkommen. Keiner Safe-Kid. Bist du Caged denn auf meiner Stage, Bitch? Hier gelten andere Regeln. Blade Grip. Metall im Schädel. Brainship. Dangerous. Kein Main-Player. Ich bin der Game-Breaker. Rage Quit. Der Boy ist Schuck. Zwingt ihn toll zur Flucht. Und er läuft im Club. Drake-Kids. Du kriegst Straight Fists. Crane Kick. Upper Cug. Facelift. Heute frisst du deine Worte aus all deinen frechen Statements. Was passiert, wenn man in keinem Gorilla in Hip-Hop-Klamotten steckt? Easy. Er geht Ape-Shit. Bitch, du spielst mit dem Besten. Bitch, du spielst mit dem Besten. Blieb eine charakterlose Hülle. Nur ein triebloses Äffchen. Und nun macht das Ganze Sinn, wenn man's bezieht auf das Battle. Denn mir mangelt es vielleicht an medizinischer Kenntnis. Doch ich geb dem Lappen auch ein paar Stiche. Und er wird nie mehr dasselbe. Fucking War Machine. Wer glaubt, dass John hier siegt? Boah, ich zieh dir deine Ohren heut so lang, dass man sie endlich mal von vorne sieht. Fick dich. Und deine behinderten Time Limits. Können wir's bitte bei zwei Minuten dreißig lassen? Ich bin schon krank verplant. Spaß kommt klar. Zwei Minuten, Digga, mein achter Part geht ein halbes Jahr. Du kleiner, fetter Streuner. Ich würd dir sagen, ich fick deine Mutter. Aber von irgendwie muss das Aussehen hier herkommen. Und dann war mir das einfach nicht geheuer. Bei deinem abschreckenden Gesicht kriegt jedes Weib direkt einen Heulkrampf. Und warum sieht dein fucking Körper aus wie ein Bein von MC Goyner? Ich hab dich am Ende der Weekend getroffen und mich war mega schockiert. Ich mein, dass du nicht unbedingt normal aussiehst, hat eh schon nie jeder kapiert. Doch als mein Girl dich sah, fragte sie immer, was ist mit dem denn passiert? Ich nur so zu ihr. Ey, Baby, red nicht so hier. Denn das da ist Heiding John. Und er ist in der Szene ein Tier. Lustig, schlau und wortgewandt. Heid als Gegner versiert. Heiding watschelt zu uns rüber und wir zwei reden und geniert. Über Battle Rap und was uns noch für Themen interessiert. Er bemerkt ein Girl und will sich vorstellen. Und er dreht sich zu ihr. Sie nur so. Und ja, schon gut, das sagt dir jeder zu mir. Schon gut, das sagt dir jeder zu mir. Ey, wie viele Leute kamen eigentlich auf mich zu und meinten, du wärst in einer offenen Beziehung. Ich mein, findest du das nicht ein bisschen krass? Jetzt hast du tatsächlich mal eine Dame gefunden, welche deine Chris Griffin auch einmal nicht verjagt. Und sie sagt obendrein zu einer Beziehung mit dem kleinen Mistkind. Ja, doch, das ist nur unter der Bedingung, dass sie noch mit anderen Männern ficken darf? Was du scheinbar für ein Typ bist. Sag ich, ich fick deine Freundin. Fragst du mich, bleibst du noch zum Frühstück? Stell euch vor, Heiding kommt heim. Und seine Perle ist wieder irgendein fremden Hut am Reiten. Klopf, klopf. Entschuldige, ich will auch gar nicht lang stören, Schatz. Doch wenn du später Zeit hast, würde ich dir gerne meine runden Ginkiru mal zeigen. Ich hab mich, ich hab mich diesmal wirklich selber übertroffen. Ey, ich zerstör den bestimmt. Plötzlich hört er mich unter seiner Freundin rufen. Hau raus, ich hör schon nicht hin. Drum sag mir, wen willst du dissen, du elendes Mistkind mit der Ästhetik? Als hätte man einem Rehpool mit Lippen in den Genpool geschissen. Mein Battle gegen Chiruma könnte mein Bestes werden. Als wäre ich es mittlerweile nicht gewohnt, stetig gegen die beste Version meines Gegners zu spitten. Und dass jeder bei mir über sich hinauswächst, spricht auch eh für meinen Skill, mit dem ich in der Szene hier mit mich. Ich bin dein neuer Maßstab. Schreibst du ein Part gegen mich, heißt es gäbe es ans Limit und er wird eklig vernichtet. Denn im Battle ist es wie die offene Beziehung mit deinem Mädchen im Flittchen. Denn du weißt ganz genau, wenn ich es nur will, kann ich jeden hier... Time. Frage. Wenn man Chiruma fragt, was catcht die Crowder und puncht hat, sagt er ganz klar Schwanzbars. Denn es ist Chiruma so gut gebaut, sogar mein Penis hat Bizeps. Ja, das ist echt ziemlich hart. Triff Chiruma ohne Hose bei McFit. In der 20-Kilo-Scheibe ist sein Glied geparkt. Wenn man ihn drauf anspricht, sagt er, was, Montag ist halt Bizeps. Oder auch Chiruma, Schwanz so groß, ich brauch keinen Handjob, ich brauch ne Lymphdrainage. Find ich auch ein bisschen komisch, weißt du? Chiruma, Penis wie Seniorenbeine. Ich glaub, der Milfhunter expandiert. Schwanz so groß, wenn er kommt, sieht's aus, als wäre ein Milchtanker explodiert. Aber wenn man im richtigen Licht auf seine Glatze guckt, sieht man ne Öffnung, die sich über diesen Bereich erstreckt. Ja, richtig. Schwanz so groß, ihr habt gar nicht gemerkt, dass ihr mit der Eichel sprecht. Ja. Chiruma ist ein Wehrschwanz, ein Glied, das sich verwandeln kann. Der Penis ist der ganze Mann, ernährt sich von Viagra, denn sonst fängt er hier zu. Schwanz... Nein. Ein wandelnder Phallus mit entsprechend die Kuh. Und das Beste ist, wenn Penis sprechen könnte, der wird eins zu eins so sprechen. Von meinen Jungs hat keiner Höhenangst. Du siehst die alle. Von meinen Jungs hat keiner Höhenangst. Du siehst die alle Bungee-Jumpen. Ja, alles klar. Zum Glück bleibt das, was ein Schwanz so will, meistens unvertont. Wird Zeit, dass dich von deinem harten Film einer runterholt hätte. Du hast schon oft genug Parts mit deinem Schwanz geschrieben. Wünschst der Freundin vom Gegner, dass sie den Vergewaltigungstod stirbt und meinst, dass das bold wirkt. Aber wenn man dir dann sagt, dass das Traumata reproduziert und Frauen von der Szene wegführt, sagst du, oh, äh, das ist, das ist krass. Ja, dann, äh, dann lass ich das. Heißt, immer wenn du auf hart machst, wirst du Opfer der Energie. Ziemlich dumm, aber da machst du nix. Denn abgewichst bist du nur bei Post-Not-Clarity. Naja, flirten heißt bei Kilian hier in nem Scheme sagen, was ein Schwanz so tut. Kannst du jeden MC fragen, das ist kein eleganter Move. Denn die Bars, für die sie angeblich deinen Glied maßen, haben weder Hand noch Fuß. Ich bodybag dich heute nur, damit dein Höhenflug kein AIDS-Test stürzt. Also, ab in die Tüte bitte, nenn es Verhütungsmittel. Du weißt, safe sex first. Yes. Zweite Runde. Kiruma. Hi, Ding, John. Ich hab dein Dino-Track gehört. Geiler Song. Wenn du über den Stand deines Konto ausholst, krieg ich so'n Hals wie ein Brontosaurus. Also, an und für sich stehend ist der Spruch schon scheiße. Doch du und so'n Hals kriegen? Unwahrscheinlich. Vino mit meinem Dino auf der Dachterrasse ist, was ich mache. Ich weiß nicht, welche Psychosen dein Onkel dir früher ans Hirn geflickt hat, dass du dir vorstellst, wie du mit nem T-Rex durch die Gosse steppst. Denn das einzige Mal, wo du von der Kreatur der Urzeit standest, hat dich Niles 3.0 gebodybagged. Obst du Niles an der Stelle. Aber, Heiding, ich hab mich tatsächlich ein bisschen gefreut auf deinen Text. Denn ich sag auch immer gerne über mich selbst und deine Witze sind wirklich zu geil. Also, bring bitte deine besten Bars. Auch, dass die Menge in deinen Armen im Loop schreite. Selbst wenn du mich heut' vernichten schlägst, geh ich voller Stolz mit meiner Crew heim. Denn ich weiß ganz genau, Gott sei Dank muss ich nicht du sein. Ich meine, guckt uns an. Wir sind schon vor 7 Levels an Styleclash. Was ist das für ein Match, Junge? Willkommen bei Big Difference. Heute haben wir Astralkörper gegen Cellclumpen. Ich meine, wer sich die Konstellation ausgedacht hat, hat doch ernsthaft nen Knall. Das sieht aus, als stünde ein Personal Trainer vor seinem härtesten Fall. Du sagtest zu Goini, du hast zwar abgenommen, aber hast nichts dafür getan. Das war ein Maß und sein Trainingsprogramm. Und ich muss sagen, der Satz, der hat mich etwas frustriert, junger Mann. Du hast nichts dafür getan, das war ein Maß und sein Trainingsprogramm. Hat Masoch Wien trainiert, oder was? Aber ja, MC-Goyner, fühl dich mal besser an deiner Haut, nicht zu geil. Denn du hast ja nur regelmäßig hart trainiert, strikt Diät gehalten und generell dein Leben um 180 Grad gedreht. Ich meine, wie faul kann man sein? Ich glaube, das Prinzip von Sport hast du wohl noch nicht ganz kapiert, Junge. Scheinbar hast du von Training genauso viel Ahnung wie von monogamen Beziehungen. Aber ich machte ihm bereits das Angebot, ihn mir ins Gym zu nehmen. Dachte, ich gebe ihm auf Korrekt ein paar Tipps. Er so, du weißt doch, Kiru, Sport ist Mord und ich so halte die Fresse und komme mit. Also schleppe ich den Sack mit ins Training, lass ihn Gewichte pressen. Kiru, ich kann nicht mehr. Hört man ihn dünselnd hecheln, fünf Minuten Laufbahn und er drippt entsetzlich. Eine wandelnde Pfütze, so hat's der Fisch am Sweaten. Der Junge schwitzt so hart, er sieht fast aus wie ich beim Betteln. Aber egal, davon lasse ich mich nicht stören, Mann. Ich gebe ihm zum Bekämpfen der T-Rex-Arme ein paar Handeln, die er köllen kann. Doch selbst intensives Training schafft es nicht, dein Äußeres hochzuwerten. Da hilft kein Ganzkörpertraining, du musst schon neu geboren werden. Doch zum Abschluss bin ich mit ihm noch ein bisschen ans Ansack gegangen. Der Sack war auch schon gut aufgemischt. Und der hatte auf den Wort schon viel eingeschlagen. Der hatte überall ein paar Dellen und komische Wölbungen. Heiding nur so, hey, der sieht ja aus wie ich. Doch schon die einfachsten Basics brachten ihn gänzlich zum Verzweifeln. Ich so, Heiding, Hände hoch und Kinn auf die Brust. Er so, willst du es von den beiden? Haltet euch das Bild von ihm jetzt im Kopf. Schon ziemlich funny so, ne? Doch das ist doch gar nichts, denn das Weitere das Witzigste an ihm sind seine Titelambitionen. Du rappst bei Dilltilly, ich hol mir den Titel, die Jagd beginnt. Und Jamie steht daneben und denkt sich leise, ja, bestimmt. Du, Champ! Der Typ, der mit seinem Papa zu einem Event an Karriaklavic. Dein Gegner kickt eine Leine, du drehst dich um. Alles gut, Papa. Der weiß nicht so, der kennt Mama doch gar nicht. Aber wie er dich unterstützt, war echt schön zu sehen. Dass er sich hinter dich gestellt hat, fand ich bei deinem Paar schon krass. Ich dachte mir so, oh, zu meinem nächsten Battle bring ich auch meinen Papa mit. Ach ne, da war ja was. Leute, die so aussehen, wären die kein Champ und holen sich ebenso mal den Master-Spot. Leute, die so aussehen, haben einen E-Scooter mit Fahrrad-Schloss. Junge, du sagst uns allen, du bist der Champion. Was ein peinlicher Witz. Ich mein, du hast doch das Community-Voting gesehen. Wenn wir wollen, dass Heiding Champ wird, na dann nein, wollen wir nicht. Sei doch mal ein bisschen ehrlich zu dir selbst. Du bist keiner, bei dem man sagen würde, der Junge repräsentiert uns. Das passt halt einfach nicht zusammen. Du holst doch auch nicht Native als Leitung deines Debattierclubs. Also erzähl mir nix von einem Title Run. Und kriegst du den Title Run. Denn ich reiß den Gürtel aus deinen Händen, zeig dir, wie ich als würdiger Champion das game in meinen Title Run. Denn ich schreib History in meinen Parts. Ich bring Witzes, Games und Bars. Hab den größten fucking Impact auf die Industry. Sagt, ja, ein F.O.B. hat mittlerweile von mir nen Mini-Me am Start. Doch du bist der King dieser Welt. Für wen du Pisser dich hältst. Geh, sag deinem Vater, ich fick deine Mutter, wenn er es nochmal hinter dich stellt. Denn, Junge, ich bin... Warum bleib verrückt? Ich will doch nicht lügen, ich bin HS-Fuck. Doch auch im Blutrauch, jetzt hab ich mein Neif in dein Bein rechtsram und es von deinem Leib drin. Zack, doch dank dem Haze ist mein AIM beschissen. Krieg keinen sauberen Schnitt hin, wenn ich von deinem Fleisch trenne. Zack, das ist wie du bei... Wenn ich von deinem Fleisch trenne, fuck. Das ist wie du bei deinem Contender-Voting. Ich schneid schlecht ab. Yes. Yes. Uns erwarten noch die dritten Runde. Es geht los bei Hiding. Sag mal, Kiruma. Wie findest du eigentlich New Jersey-Twerk? Ich frag nur, weil du mal meintest, Ami Lines findest du fresh. Und weil du eins zu eins beitest wie der Rat. Der komplette Aufbau der ersten Runde. Am Anfang wird nur leise geraunt. Das baut die Spannung für die erste echte Zeile mit auf. Dann kommt das Killer-Wordplay. Und das schreit er dann raus mit einer Stimme, als hätte er mit zwei schon geraucht. Aber das ist, als hättest du den Lieferant von Schein ausgeraubt. Denn dein ganzer Style ist geklaut. Junge, halt einfach deinen Maul. Du nimmst eins zu eins ein Konzept, von dem du weißt, dass es taugt. Und machst dann so eine peinliche Scheiße daraus. Denn New Jersey-Twerk kickt, he's about to get that old Catholic school ass whooping. The rule is back. Und du kickst, das ist wie Mario Odyssey. Das ganze Game is am Cap. Aber, aber, aber habt ihr das gecheckt? Weil man spielt da Mario und man hat ne Cap. Das ganze Game. Jeder, jeder hier im Raum wird gern so rappen wie du. Denn es geht zwar nicht um Fischstäbchen, aber trotzdem werden die Lügner kalt gemacht. Dann kriegt jeder... Es geht nicht um Fischstäbchen, aber trotzdem werden die Lügner kalt gemacht. Dann kriegt jeder der hier Captain Igloo. Aber spätestens, spätestens beim Slogan wird klar, da war kein Beiten und auch keine Inspiration mit am Start. Denn New Jersey-Twerk is madness. I could snap at any moment. Und Kiruma ist komplett verrückt. Er kommt und nockt dich aus. Das kann man unterscheiden. Muss man wissen. Das ist nicht gebeitetes Gebissen. Aber wenn ich sag, dass ich sein Floh kenne und die Art zu betonen, fragt er von wo denn Oden? Du bist nur ein Straßenkämpfer mit Blue-Balls. Hado-O-Kämpfer! Stark! Stark, wie du dich in der Szene voller Schafe als der Wolf outest und dem Volk taugtest. Aber wenn man mich fragt, ob ich trotzdem gebeitete an deinen Erfolg glaube, ergibt sich ein geteiltes Bild, als wäre es Gold-Auge. Ja, du kennst alles, was je in den Staaten ging, aber das hier ist kein Geschichtstest. Geklauter Slogan, geklauter Aufbau, bei dir ist nichts echt. Wenn man den Inhalt von dem, was du so kickscheckt, hat der Salty-Rapper ganz kleine Nüsse, so wie Nick-Nacks. See how easy it is, wenn man nach Übersetzer statt nach Stift rappt. Finale Runde des Battles. Kiruma. Gönn dir. Ich wirke vielleicht manchmal aggressiv. Ach, dir. Ich wirke vielleicht manchmal aggressiv. Das stimmt, das ist true. Doch auch in mir lebt ein Kind mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Du hast laut eigener Aussage den kleinen Jonas verdrängt und versteckt. Und wenn du so Sachen verarbeitest, dann ist das auch cool. Doch ich konnte sowas leider mit dem jungen Kieler nicht tun, denn wir wissen, dass die Lösung zu einem Problem auch nur der findet, der sucht. Und das ist nie wirklich einfach. Aufgrund privater Ereignisse muss ich auch wieder täglich hören, wie jeder Dämon aus meiner Kindheit mich ruft. Als ob ich auf meinen Schultern nicht genug Gewicht mit mir trug. Als ob ich nicht seit Jahren mich mit der Angst im Minderdraum schlug. Im Kampf Gedanken abzuwehren, die sagen, du bist du nicht gut. Hol dir nen Stricko und nen Stuhl oder besser spring von dem Zug. Gell, meine Psyche ist am Sack. Doch dank dem starken Rückhalt meiner Familie kann ich eigentlich damit arbeiten und es gelingt mir ganz gut. Doch genau diesen starken Rückhalt trafen dies mir einen Flur. Ich musste zusehen, wie um mich alles zerbricht wie im Nu. Und ich konnte nichts gegen tun. Der sichere Hafen, in dem ich Ruhe fand, versinkt in der Flut. Probier so viel, es geht zu retten, doch er trinkt beim Versuch. Ich würd mich auch grad gern verstecken und mich verpissen wie ein Noob. Denn ich bin nicht in der Mood. Aber was bringt es wozu? Hätt ich mich vor allem versteckt, was mir ein Hindernis schuf? Hätt es Kiruma nie gegeben und man hätt mich nie gebucht. John, du meidest die Dämonen, mit denen ich ring bis aufs Blut. Ich versteck mich nicht vor meinen Problemen, denn ich bin nicht wie du. Ich akzeptiere, was ich fühle und arbeite damit. Und deshalb spitt ich mit Wut. Ich fick auf win oder lose. Denn ich lass hier für kurze Zeit all meine Finsternis zu. Und reiß draußen dafür nicht deinen Kopf ab. Das ist für mich Win genug. Glaubst du wirklich meinen Catchphrase, wenn du geheuchelte Phrasen? Heiding, ich hab Gedanken in meinem Kopf, die ich mich nicht traue, meinem Therapeuten zu sagen. Und deshalb hab ich auch schon oft die Hilfe Gottes gesucht. Doch hab bis heute leider nie so zu ihm gefunden, wie ich's gehofft hab. Doch du? Du machst dich regelmäßig über Gott und Religion lustig. Sagst jeder, es ist dämlich, der an sowas glaubt, G. Und ich kann verstehen, dass du so denkst. Ich mein, ich seh ja, wie du aussiehst. Doch zu sagen, dass man durch Glauben sämtliche Verantwortung von sich auf Gott abschiebt, fand ich einfach leicht enttäuschend. Denn ich hab viele religiöse Weggefährten in meinen Kreisen an Leuten. Und die Glaube lehrte sie Moral, gab ihnen Weisungen und Bräuche, auf das man reinen Herzens bleibt. Fernab der Leitung seitens des Teufels. Sie streben danach, ein guter Mensch zu sein. Denn stehen sie irgendwann vor Gott, ist ihre Zeit vorbei für Reue. Und sie müssen für ihre Taten büßen. Und deshalb zeigen sie ihm Treue. Doch für dich klingt das verantwortungslos. Du fast 30-jähriger Säugling. Doch ihr Glaube lehrt die wahre Verantwortung, John. Und das hier einen weiteren Tag aufs Neue. Von ihnen sind ein, zwei bei mir heute. Und sie können jeder einen von mir bezeugen. Denn auch sie sind verantwortungsbewusst, wohlwollend, respektvoll und für alles und jeden offen. Wie die Beine deiner Freundin. Hast du wirklich gedacht, ich würde dich damit in diesem Part verschonen? Niemals, du Vogel. Deine polygame Partyhow ist so eine fucking Schlampe, Bro. Euer gemeinsames Schlafzimmer sieht fast immer aus wie Kato-Slogan. Ein Haufen Dicks haben deine Maus bespritzt. Sieht aus wie ein ausverkauftes Haus, wenn man den Raum betritt. Heiding fragt, darf ich bitte auch? Gib dir einen traurigen Blick. Doch ihre Antwort ist dieselbe, wie wenn man das pflaue Gesicht nach seiner Religiosität fragt. Ich glaube nicht. Doch glaub mir, hier endet es, Heiding. Denn ich bring bessere Zeiten. Auch dem Game wieder Leben ein. Als würdest du das Hensubin schmeißen. Tom aktuell besten zur Zeit. Du bist schon bald den besten aller Zeiten. Dass man in 100 Jahren noch sagt, er sucht bis jetzt seinesgleichen. Bring jede Menge zum Kreischen. Hören sie den rappenden Titan. Leute zitieren meine 10 Gebote in jedem Match, das ich eingehe. Ich bin der letzte Funken Hoffnung für all die Menschen in den Kreisen. Denn meine Wortgewalt wird keinem von diesen Keks zu vergleichen. Kein Allrounder. Ich bin allmächtig, wenn ich den Wettkampf bestreite. John, glaubst du jetzt endlich an Gott? Ich mein, du battlest grad einen. Hier gern noch ein Beweis, um dir zu zeigen, ich mein's ernst verflixt. Schau, ich zieh nur einmal meine Kapuze ab und es werde Licht. Und es werde Licht, du kannst noch so selbstsicher hier acten. Doch das ändert sich, hau ich dir ne Rippe aus deinem Brustkopf. Schau, ich mach da aus dem Kerl ne Bitch. Denn Junge, ich bin... Du wahrlich trauriger Bastard. Ich lehre dich heute, Gott ist Furcht. John, also hau besser ab, man. Nicht nach dem Klauen bist du Stadtrand. Bis dieser Downy-Sohn schlapp macht er ohne Power und Kraft. Dann intensiv schlau'n auf dem Platz lag. Zusammengekauert auf dem Asphalt, liegt der gemein riechende, vor Schweiß triefende Haufen. So nasser, wie im zweiten Pratsch verkündet. Jonas, die wandelnde Pfütze, für jen, der genau aufgepasst hat. Stormt hinaus, erfüll mein Tagestiel an Schritten auf seinem Torso und Bauch. Denn ich nannte mich denn Gott und du wolltest den Beweis. Nun schau, ich lauf über Wasser. Ah, Vicky, ruhe mal, wie du aber treibt. Ach, denkste, hä? Dabei ist es doch viel wahrscheinlicher, dass ich hier im Kreis zum Gott hier werde, als was du jemals unser fucking Champion wirst. Time, Pussy. Es gibt jetzt drei Personen, die das judgen dürfen. Viel Spaß. Crazy. Bitte schön. Crazy. Okay, kurz Ruhe noch für die Judges. Explodiert nochmal komplett für dieses Battle, bitte. Ey, das ist so ehrenlos zu judgen. Das ist so ein Clash of Styles. Das ist einfach gemein. Erste Runde bei dir komplett Zweizeiler. Aber nicht so mega lustig, sondern richtig gemein geworden. Das hat mir richtig gefallen. Sonst, also Sachen wie aufrechter Gang, Geistes, Kraftblatt. Bei dir, du warst auch lustig in der Runde. Aber auch dein Rap, du weißt ja, du kommst so geil rüber. Deine Performance, alles. Mir kam deine Runde, deine erste vor allem, super viel länger vor, als die von Heiding. Ich weiß nicht, was abgemacht war. Aber prinzipiell sehe ich in der ersten Runde dich minimal vorne wegen Lines wie Schmeiß den Lutscher, Ape Shit. Einfach sehr geile Sachen. Und das Time am Ende hat mich auch sehr gefreut mit dem Anti-Reiben. Zweite Runde bei dir bin ich in der Hälfte einfach in ein unkontrolliertes Lachen ausgerufen. Es war so fucking lustig. Bei dir gab es richtig geile Flips mit dem Personal Trainer, mit dem neuen Wollen wir mich. Und auch andere gute, lustige Sachen. Aber du bist halt mehr auf Humor gegangen in der zweiten Runde. Und da warst du ihm vor allem in dieser Runde echt klar unterlegen. Deswegen zweite Hiding. Und dritte, deine Analyse war sehr stark und sehr treffend. Dein Real Talk war absolut geil. Und ich musste es ein bisschen darin ausmachen, dass du nur auf dieser Analyse geblieben bist und du nach diesem Real Talk noch diese komplette Anspannung mitgenommen hast und dann wieder lustig geworden bist, wieder in Real Talk, wieder ein bisschen mehr Abwechslung hattest. Und deswegen geht es für mich heute wirklich knapp 3-2 an Kiruma. Yes, yo. Crazy, crazy Battle auf jeden Fall. Und ich sehe das in manchen Punkten ähnlich. Für mich war dann am Ende der entscheidende Faktor, dass... Ich hatte das Gefühl, dass du ihn ein bisschen besser eingefangen hast. Ich habe dich in seinen Runden mehr erkannt als umgekehrt. Über deine Delivery, Präsenz, Rap-Skills und so weiter brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber für mich hat Heiding dich heute dümmer aussehen lassen als du ihn. Und ja, es ist natürlich eine Style-Frage am Ende, aber da waren viele Sachen dabei. Wie gesagt, ich fand es sehr geil, dass du versucht hast, was Neues zu machen, dass du witzig geworden bist und du warst auch witzig. Aber wenn es um witzig geht, können halt wenige Leute mit Heiding ficken. Und da bist du ihm, wie gesagt, gerade im Vergleich, weil er Zweite witzig, du Zweite witzig, gerade im Vergleich, war das für mich dann die deutlichste Runde. Und deswegen geht es für mich knapp 3-2 an Heiding. Yes. Und entscheidend da, das Ganze. Also ich sage einfach, was ich mir jetzt so zwischen den Runden mal aufgeschrieben habe. Also in der ersten Runde wirkte, du warst durchgehend lustig, so bissig und so. Das Ding, was ich da ein bisschen fand, wirkte so an sich, fand ich die Lines und so alles cool. Aber ich halte für Karuba dann nicht so dumm, wie du ihn dargestellt hast. Was dann finde ich besonders in der zweiten Runde dann auch nochmal mit den Lobotomie-Sachen und so dann ein bisschen, finde ich ein kleines bisschen so an Gewicht verloren hatte. Deswegen in der ersten Runde, du warst wie gehabt, powerful, aggro so. Und hattest aber da auch gute Witze dabei. Deswegen die erste Runde gebe ich an dich. Die zweite Runde war das ganze Schwanzding so. Ganz ehrlich, ich glaube auch der Bärschwanz, das wird dir noch lange, lange. Das passt einfach so. Genau, die gebe ich an John. Ja, dann steht es da für mich nach unten 1-1. Gut, die dritte Runde, du hast den Style sehr, sehr gut analysiert. Bei dir war es so die Real Talk Runde. Da muss ich dann einfach irgendwie sagen, so vom Textlichen her, also hätte ich jetzt so Texte so vor mir gehabt, hätte ich das wahrscheinlich an dich gegeben. So jetzt live, wie ich hier gerade stande, hat mich Deins dann aber einfach ein bisschen mehr abgeholt, so gebe ich 2-1 an Kiroma. Yes. Wir haben ein knappes Battle gesehen, was ausgelutschter Satz, kein Verlierer verdient, aber Judges haben entschieden, mach mal trotzdem übertrieben Kassel her für die Leidenschaft von Heiding John. Aber die Maschine, a.k.a. der Wehrschwanz, hat das Ding getroffen. Mama, der für Kiroma. Future of Battle Rap. Wir sind heute beim Event, danke an der Stelle Jens nochmal, wir hatten ein überkrankes Mainmatch, was eigentlich schon beim letzten Event stattfindet, wir sind sehr froh, dass es jetzt stattgefunden hat, zwischen Heiding John und Kiroma. Ey Leute, was habt ihr abgerissen? Ich glaube, das war ein Battle, was man sich öfter anschauen wird. Kranke Leistungen, erzähl mal Kiroma, ich glaube, du hast am Ende knapp gewonnen, erzähl mal, wie war es für dich, weil alles, was du in der Vorbereitung, ich glaube, da gab es ein bisschen auch von Heiding, dass er gesagt hat, das ist die beste Leistung seines Lebens, wird er hier, die beste Schreibsache, die er gemacht hat. Wie war es für dich, in den Kreis zu steppen und ihm gegenüber zu stehen und das Ding zu machen? Boah, ganz ehrlich, Horror. Also bei Heiding habe ich schon von Anfang an gewusst, der ist, so stilistisch her, ist der einfach wie, ist der Gift für mich, weil wenn ich zum Beispiel jetzt ein Wasser-Pokémon wäre, dann wäre der ein Elektro-Pokémon oder was halt immer. Ich finde halt einfach, stilistisch gesehen, funktioniert mein Style grundsätzlich vielleicht nicht unbedingt so gut gegen jemanden, der halt wirklich so lustig und so schlau in seinen Texten ist. Dass es so gut geklappt hat, war dann natürlich doch geil, aber es war wirklich in der ganzen Vorbereitung, irgendwo war es da noch cool, dass ich vielleicht noch ein paar extra Wochen bekommen habe, damit ich vielleicht ein bisschen sicherer fühle. Aber, boah, ich will schon sagen, irgendwo Angstgegner jetzt natürlich, weil man weiß ja nicht, zieht das, was ich sonst so gemacht habe, gegen ihn, bei ihm musste ich ein bisschen über den Teller reden. Ja, der ist, da braucht man auch nicht drüber reden, also auch hier zum knappen Sieg, ich hätte es auch verstanden, hätte man es knapp an ihn gegeben, also da will ich jetzt auch nicht sagen, ja, das Ding habe ich 3-0, easy Bodyback mit für mich genommen. Auf keinen Fall, ich habe wirklich auch in der zweiten Runde kurz mal gedacht, jetzt kriege ich aber, deswegen kriege ich den Respekt. Wie ist es für dich gewesen? Ja, wild auf jeden Fall, also nachdem ich damals meine letzte Runde fertig geschrieben habe, glaube ich, oder irgendwie einen Tag danach oder sowas, habe ich ja gepostet, ja, das Battle, das könnte, das ist das Beste, was ich bisher geschrieben habe und so. Und das ist ja immer so ein bisschen, wenn man die Sachen dann halt durchgeht und nochmal durchgeht und dann wird das Battle verschoben und man geht sie nochmal durch und nochmal durch. Am Ende, man findet es immer so, egal was man geschrieben hat, man findet es immer, geht so witzig, was man da dabei hat. Und dann kommst du auf dieses Event, denkst dir so, hm, ja, gut. Und alle Leute sind so, ja, du hattest ja geschrieben, das war das beste Match, dass du geschrieben hast, die sagten mir, warum kann ich nicht einfach meine... Bisschen Eigentor vielleicht, ein kleines Eigentor vielleicht. Ja, ich glaube dann ja am Ende nicht, aber es fühlt sich dann in dem Moment immer so ein bisschen so an, wenn man die Dinger schon so totgeübt hat dann sozusagen. Deswegen, ich war sehr, sehr froh darüber, wie das geklappt hat heute sozusagen. Und ich weiß gar nicht, ob das unbedingt stimmt, dass sozusagen mein Style nur stark ist gegen sein. Ich glaube, das ist so ein gegenseitiges Ding, weißt du? Also dieses, man kann sich natürlich besonders lustig machen über den Riesenkerl, der da steht und immer richtig Ansage macht, aber man kann natürlich auch am besten dastehen und richtig Ansage machen und Gewalt-Lines und wie siehst du denn aus, Lines, wenn ich da stehe? Und deswegen, genau, hatte ich auch Sorge davor, wie das Match ausgeht, ob ich einfach komplett niedergebrüllt werde. Und ich glaube, am Ende ist das ein geiles Match für uns beide geworden. Natürlich ist es immer schade, wenn man verliert, aber fühlt sich trotzdem sehr gut an insgesamt. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen so diesen harten, lauten Style-Fahren gegen, wie kriege ich das so umgeswitcht, dass ich am Ende quasi vorne bin. Zweite Runde hast du gerade schon angesprochen. Die muss ich auch auf jeden Fall ansprechen, weil die war übelst killer von dir. Also, ich glaube, das war, ich glaube, es gab niemanden, der nicht gereaktet hat. Wie fühlt sich das an, wenn er dich in deinem ganzen Stil so versucht oder aushebelt, wie er es gemacht hat? Und ich habe dich hier und da auch anerkennend grinsen und nicken sehen. Ich habe dich hier und da auch anerkennend grinsen und nicken sehen können, je nachdem bei welcher Line. Auf jeden Fall. Also, in der zweiten hat er mit mir den Bodengewünsche auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich gegen mich selber battlen müsste, ich hätte eine ähnliche zweite Runde vielleicht geschrieben, weil, und es wundert mich, dass es erst jetzt kommt, weil er hat ja recht, also, irgendwo stimmt das ja schon. Deswegen, und wie fühlt es sich an? Du achtest ja, glaube ich, in dem Moment auch da gar nicht so viel drauf. Ich glaube, du bist dann einfach nur okay. Bei mir ist es zumindest so, ich nehme das irgendwo wahr, aber ich nehme das jetzt nicht so bewusst wahr. Genau, ich bin halt so im Tunnel. Und dann, wenn ich es witzig finde, habe ich, also, bei Heiding war mir klar, ich werde jetzt keine böse Miene verschieben und so, ich fick dich jetzt mit meiner Defense. Nee, ich wollte mit lachen, ich wollte auch irgendwo lachen, deswegen habe ich mich aufs Viertel gefreut. Ja, andersrum gefragt, ich nehme an, du hast damit gerechnet, dass er ja auch so kommt, wie er am Ende gekommen ist, so. Was, was, was? Ich habe, ich habe nicht das verstanden, ist aber auch nicht so schlimm. Wie, also, bereitet man sich, also, bereitest du dich ja irgendwie anders drauf vor, als wenn du, keine Ahnung, gegen jemanden rappst, der so einen ähnlichen Style fährt wie du oder versuchst du vorher dir schon vorzustellen, wie kommt es, wenn du quasi jeden Luftstoß der Worte in deinem Gesicht spürst, so, äh. Ach, Burst. Du hast die Frage verstanden, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist, das ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, glaube ich, einfach weil man so unter Adrenalin steht, dass das gar nichts so macht. Wenn ich jetzt auf der Straße stehen würde und Oma kommt an und schreit mich so an, dann würde es mir, glaube ich, schlecht gehen, aber in dem Moment, wenn man eh selber so aufgeregt ist und so, dann, dann ist das, dann macht das nix. Würde ich niemals machen, weinen Moment. Würde ich niemals machen. Hiding. Freut mich, ja, Jens. Ihr habt ja beide ein krasses Standing, seid zwar an einer anderen Stelle oder so, also ihr seid zwar in der Selbsthinter, aber ihr habt beide ein heftiges Standing. Jetzt wusstet ihr ja, das wird ein Fash of Styles, wer nutzt welche Stärken aus oder die Schwächen des Gegners und so. Habt ihr, hast du zum Beispiel versucht, noch witziger, pointierter zu sein, um das noch mehr auskommender zu können, seine Aggressivität, wolltest du noch, weil ich habe bei dir ja das Gefühl, du bist von den Anteilen witziger gewesen als in den letzten Battles. War das so deine Art dann wieder betrieben oder also wie habt ihr euch so im Speziellen, habt ihr was geändert, warum schreibst du für dieses Battle? Nö, bitte. Ich weiß gar nicht so richtig, wie bewusst ich das damals gemacht habe, als ich die erste Runde geschrieben habe, aber da war es auf jeden Fall so, und das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss jetzt nicht nur irgendwie lustig sein, sondern ich versuche auch irgendwie richtig eklig zu sein, damit es nicht ist der Witzeerzähler gegen den, der da Stimmung aufbaut, sondern dass ich zumindest auch versuche, dass man denkt, oh, der kommt jetzt irgendwie auf eklig oder so. Das heißt eher in die andere Richtung, weil dieses so noch witziger Schreiben, das ist ja immer, ne, ich schreibe ja sonst nicht unwitziger als ich könnte, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig, aber so habe ich ein bisschen in diesen anderen Aspekt noch versucht, da reinzubringen. Das hat jetzt nicht unbedingt direkt bei mir mit ihm zu tun gehabt, ich versuche halt einfach generell immer ein bisschen, vielleicht mich nochmal um irgendeine Ecke, mein Skillset zu erweitern, um mich einfach nochmal irgendwo zu steigern oder irgendwas Neues auszuprobieren. Das hat ja auch eigentlich schon beim Niles Battle letztens angefangen, da habe ich auch versucht, in der zweiten Runde ein bisschen lustiger zu sein, ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich nicht unbedingt immer nur vom Gegner abhängig. Natürlich bei Heiding dachte ich mir, ey, so, dem willst du auch ein paar Witze drücken, dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt so aussieht, als würde er mich jetzt, wie zum Beispiel Chris gesagt hat, doofer aussehen lassen. Aber eigentlich versuche ich immer, in allen drei Runden ein bisschen vielseitiger zu schreiben, dass ich mal hier was zeige, dass ich mal hier was zeige. Selten, dass ich eigentlich nur ein Stil für ein Battle durchfahre. Deswegen, ich probiere gerne mal Neues aus. Ich habe direkt noch ein hinterher. Jetzt hast du ja deinen Titel-Match in der Woche. War dir das heute im Kopf? Wie ist das so, wenn man, ich weiß, dass du ja dieses Jahr immer, du hast performt und hattest dein Nächstes schon relativ nah dran, das ist ja häufiger. War das in deinem Kopf heute? Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so ungefähr, ich habe jetzt das Battle hinter mir, aber dieses Gefühl von, okay, jetzt ist durch, das tritt halt nicht wirklich ein, weil ich muss jetzt halt noch mich ein bisschen für Julo fertig vorbereiten und dann geht es da halt direkt um den ersten Double-Titel. Und deswegen, das war mir schon im Kopf, aber es hat mich jetzt nicht hier vom Battle irgendwie groß abgelenkt. Ich war schon die ganze Zeit dann mit meinen Gedanken bei Heidingen, so, bring das erst mal jetzt hinter dich und dann gucken wir weiter. Ja, weil für Julo stand ja schon der Text im Juli, Slash August haben wir da ein bisschen was hinzugefügt. Und jetzt natürlich, wo das dann auch ausgefallen ist, konnte man da noch ein bisschen ein paar Sachen nochmal rausholen, ein paar Sachen nochmal ändern. Deswegen, der Feinschliff wird da jetzt noch gemacht und dann hole ich mir nächste Woche den Titel. Ganz einfach. Viel Erfolg auf jeden Fall an der Stelle. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Pläne in der nächsten Zeit oder machst du eine Pause? Man weiß es ja nicht. Nee, eine Pause wird es leider nicht. Ich habe ja in zwei Wochen das Match gegen Sisyphos. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen ungünstig, dadurch, dass das Match verschoben wurde, dass das dann jetzt halt nur zwei Wochen sind. Genau. Nee. Und fürs nächste Jahr ist schon auch einiges gefixt. Also eine Pause ist da nicht drin. Auf jeden Fall. Ja, das freut, glaube ich, die Battle-Rap-Landschaft in Deutschland sehr, das Kiruma. Vielen Dank für deine Leistung heute. Heiding Jong, auch für deine. Es war überragend. Wir hatten ein fantastisches Event heute. Das Event heißt... Danke an der Stelle an Jens und auch an die anderen Leute, die das gerade mitgemacht haben. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war ein super geiles, würdiges Main-Match. Hat wieder übelst Bock gemacht. Ich trinke jetzt vielleicht noch das ein oder andere Kölsch mit... Ein Interview müssen wir noch, aber es ist ja offiziell das letzte. Lieben Gruße auch an Turok, an Burst und an die anderen, die da hinten stehen.